Ka- Dieser Live-Stil, ey! Was war der das jetzt für der Explosion? Hast du eine Idee, was du machst? Er hat dich töten, ey! Okay. Kleppenberg, ey! Oh Gott! Was? Wir wussten, dass du hier wärst. Das ist weshalb wir das planen. Für dich zu töten. Ich? Ha! Na, ich fühle mich stolz. Aber wenn du mich jetzt töten, deine letzte Chance für eine Friede sterben wird mit mir. Tja, das ist eine sehr gute Frage. Kann ich die Erscheinung treffen? Töte ihn! Hast du... ...eine Meinung verloren? Nein! Ich will nie sợ nochmals, ...dora sie war Fr 나 gut Norbert... ...ben zehn Jahre vorhin. Du und dein Imparer her sind da, Molde. Ich weiß, du sie trügelt! Du sie trügelt! Und du... He he he! Der sol wird es über checked, ey. Nein, sie sind nie wahr? Oh, netter Tritt ins Gesicht. Alter. Woah! Okay! Bist du denn so schockiert? Ich hab mir doch nur den Kopf abgetrennt. Gar nix! Ja und? Aber du hast diesen Mann getötet. In kaltem Blut. Er war ein Grand General, ja, aber von welchem Recht hast du seine Leben genommen? Dafür brauche ich keine Begründung. Hamlet! Er kann mich verstehen, so wie es aussieht. Auch wenn er jetzt sehr nachdenklich wirkt. Wer ist sie denn jetzt? Oh mein Gott! Ah, hat sie mich beobachtet! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Auch alles. Das war's! Nee! Vergiss nicht! Noch einmal mehr. Ist es wahr, dass Jutland attackiert hat? Ja, Herr Excellency. Wunderschön. Wir können endlich mit den Jutsen zusammenarbeiten, wie wir es wollen. Die Herren sind alle sehr selbstbewusst, was? Er war bereit, den Krieg zu engagieren, als wir zu gehen. Ich glaube, wir sollten mehr Informationen bekommen, Suuk. Deine Majesty, vergib mir meine Intrusion, Herr. If it isn't the Envoy. Hail, Emperor Claudius, and well met. I, Lord Donovan Lindegard of Jutland, hope to find you in good health. What is it? You seem in great haste. Moments ago, I received grave tidings. The alliance between our nations has been severed by a declaration of war. We already have knowledge of this news. Indeed? As expected of His Majesty. Our Empire's treasured outpost was attacked. Can it be? That once contested land was a symbol of peace. Correct. We shall therefore answer the kingdom in kind. Das ist jetzt vorbei. Words can't convey my regret. As a diplomat, my purpose is to build a bridge between our countries. A bridge now burnt. My labor is to subdue talk of war, so that not a drop of judish blood must spill. One foolish act brings it all to naught. Since it has come to this, I will return at once and put an end to this wretched war. Your path shall be a harrow, Lord Donovan. Be gone. Thank you for your leave, Sire. Now I must hurry back home. Farewell. We are now at last have cause to strike at Jutland. Our forces await your order, Sire. Our forces in order for the sun to kill him. We are now at last have come to the fire. We are now at last have done a miracle. And we are now at last have done a miracle. Okay. Extra! Extra! Read all about it! Nö. Warum sollte ich? Die Nachrichten, dass das Land das Territory zurückgebracht hat, brachte Freude zu den normalerweise quieten Leben ihrer Mitgliedern. Aber diese auflörenden Atmosphäre und die Ärzte, die zum Krieg ledeten, wurden vorsichtig ausgestattet von den fünf Trätern. Jutland Army Base in der Kirche oder was? Du brauchst eine Ladesequenz für einen kleinen Kameraschwenk? Das ist schon traurig. Das sind alles sehr sympathische Leute. Ah, sind das die fünf Verräter oder was? Okay. Der Teddybär ist mir sehr sympathisch. Und auch die Schreibmaschine. Ja. Die Nachrichten, die Frau Glück ist auf unserer Seite. Ich bin falsch, Am. Wie du und Saul sagst, war ist unser Best Bet. Das Publikum unterstützt das Krieg. Und die Oppositionen Faktionen sind geblendet. Dinge haben sich geblendet. Genau. Nein, jetzt zuhören. Balthus nicht erinnert, was er uns getan hat. Was? Hey, bist du, nicht? Nach dem verdammelt er wurde? Das kann nicht sein. Er hat so viele Menschen getötet. Wie kann jemand vergessen so viel Blut? Ja. 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 Das ist nichts zu uns. Sie sahen mich zacken. Sie sahen mich zacken tegen einen General. Nothing mehr. Und ich denke, das ist okay. Er hat sich daran, wenn sie. Sie sehen. Auf. Okay. Das sind eins nach, vier nach. Lass uns voll mit der Winter für dieses Krieg. Wir werden auf den Ruse der Kassel und verabschieden auf den Emperor. Maria sollte sein mit ihm sein. Und das ist das, wir müssen sie nachzunehmen. Ja! Das geht alles nur darum, um eine Frau zu werden. Okay. Yeah, wir sind jetzt Captain. So muss das sein. Da ist er. Du hast eine schöne Frisur. Das werden wir machen. Nein, das darfst du nicht. Aber wir haben langweisch unter dem Emperor's Embargo für viel zu lange. Ich konnte nicht mehr nachdenken, zu sehen unsere Kingdomen nachzudenken, in die Verkaufung der Stimmung. So, ich bin zu tun. Und mich in die Fronten. Ich werde weiter kämpfen für Jutland, mein Lieberland. Aber für das zu passieren, wir brauchen die Hilfe unserer Militär. Das Parlament, um die Menschen zu unternommen. Das Proletariat, um die Industrie zu unterstützen. Das Presse, um die Vanguilung zu den Populissen. Und alle Bürger der Nation, um zusammen zu arbeiten. Bis zum Ende der Krieg und der Prospettung der Jutland. Ich werde immer noch gegen die Vanguard kämpfen, um den Tag zu erinnern. Nice speech, Princess. But that's easier dreamt than done. Yes, but her presence alone will help sway the public in favor of the war. Your Highness. Good day. Why, look who it is. Good day to you. Of course, you're here. Hi, aren't you saucy? I am the princess's lady-in-waiting after all. Hmm. Is something the matter, Gadot? Princess, might I have a word with you? In private? I'd advise against that, Marie. He may be my older brother, but to hold privy council alone with a man? Oh, the scandal. Please, Miss Ophelia. Excuse us, Miranda. Oh, you don't need to apologize to me. This would-be Romeo is the one overstepping his bounds. Besides, I'm only pulling his leg. Just go. My time is very limited. Yes, yes. Princess, about Amlet. Did you learn something? Not a great deal, I'm afraid. All I could learn about his life before the Institute is that his adopted parents passed away. Nothing more. He has no past. What did he do that? What do you suppose that means? When he struck down Balthus, he said, I'll never forget what you Rux did to us. He's hiding something. Of this I am certain. And I fear whatever that may be, will betray us all. I'm sure further investigation will yield the truth. Also, passen wir jetzt alle auf uns gegenseitig auf, weil wir uns alle im Verdacht haben. Okay. Amlet. Wer war Amlet? Oh mein Gott. Aber ich liebe ihn doch. Ich könnte ihn niemals beobachten. Ich bin niemals beobachten. Redet er gerade wirklich über den Tod? Oh mein Gott. Gut. On to the next step, Reaper. So schön, dass der Tod weiblich vertont wurde. Ja. Wir möchten gerne speichern. Create a new data. So Leute. Und damit machen wir jetzt auf höchst erstes Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war mehr oder weniger der Prolog jetzt. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr, wenn es wieder heißt. Eine neue Folge. Valkyria Revolution. Vielen Dank. Danke. Ciao.